Willkommen zu einer neuen Folge Kümmerlumt. Heute machen wir den Dreifach-Einfach-Knoten. Dreifach-Einfach. Und ja, das ist ein Tutorial für Anfänger auf jeden Fall und ich mache es mit meinen Regenbogenfarben. Und ja, viel Spaß an die Zuschauer, die sich das gewünscht haben und ja, los geht's. Wenn ich meinen Rahmen ja mit Regenbogenfarben bespannen will, setze ich also nun die gewünschten Farben immer auf eine PIN-Reihe. Das heißt, da ich ja Regenbogenfarben mache, setze ich die alle auf eine Höhe. Auf den ersten kommt Lila, auf die zweite Reihe kommt Blau, dann kommt Grün, dann kommt Gelb, Orange und so weiter und so fort. Das machen wir jetzt erstmal. So, jetzt müssen wir natürlich noch Verbindungsstücke schaffen. Das machen wir, indem wir anfangen, mit Schwarz oder Weiß oder was auch immer von der Farbe ihr wählt, das Ganze zu bespannen. Die obersten drei lassen wir weg, weil wir müssen die zwei PINs auf den einen dann am Ende machen. So, das bespannen wir jetzt erstmal bis oben hin. Immer drei PINs. Und jetzt drehen wir das Bord rum und verlungen das Ganze. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir tun einfach immer das Schwarze weg und nehmen uns das erste Schwarze weg. Nehmen uns das untere Farbige. Und das machen wir jetzt erst links, dann rechts und dann noch in der Mitte. Den lassen wir jetzt erstmal in Ruhe und machen jetzt rechts weiter. So, hier lassen wir den oberen auch in Ruhe und jetzt loomen wir noch die Mitte. So, jetzt haben wir alles nach oben geloomt. Wir nehmen jetzt, also wir drücken in der Mitte das runter. Und nehmen uns jetzt zum Beispiel das rechte hier und spannen das hier mit auf die Mitte. Und hier das andere spannen wir auch mit auf die Mitte. So, jetzt werden wir das natürlich alles verschließen, gehen in den Mittelpen, holen uns das Schwarze, legen das drüber und jetzt können wir es schon lösen. So, so sieht es aus. Ganz einfach, ganz easy. Nehmt ihr euch noch einen Clip, macht das beides aneinander fest und fertig. Ja, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Tutorial.